So, da sind wir wieder und wir wollten jetzt umschauen, was hier noch ist so alles. Eine Fackel. Das ist jetzt schon komisch. Aber gut. Man könnte meinen, dass wenn man so weit im Spiel ist, dass man hier reinkommt, dass man eigentlich immer schon den Fackel zauber kann. Stein. Ja, das ist definitiv ein Rätsel. Und eine Flasche. Ich lasse die Sachen einfach mal unten liegen, damit wir wissen, wo was drin war. Kommt hier noch was, eine Tür, die man aufmachen kann. Und eine Flasche Wasser. Also eine Flasche Wasser, eine leere Flasche, also vielleicht Glas. Ein Stein und eine Fackel. Also Licht. Ein Fundament oder Baumaterial. Glas. Dann steht neben groß an der Wand geschrieben. Das ist vielleicht irgendwo ein Geheimgang, wo hinter dann was geschrieben ist. Schaut nicht so aus. Die Notizen hier am Anfang vielleicht. Was hatten wir da. Der Feuerstab kann die Balance wiederherstellen oder sie zerstören. Balance, Feuer, Feuerstab könnte die Fackel sein. Was hast du? Weder Chaos noch Ordnung ist wirklich ausbalanciert. Chaos und Ordnung kann man nicht wirklich darstellen durch Fackeln, Steine und Flaschen, oder? Nee, auch nicht. Du. Der Powerstein ist weggeschlossen im Gebirge durch eine komische magische Macht. Also ein Gem, also ein Stein, also Edelstein könnte der Stein sein. Aber dann werden keine Hinweise auf die anderen drei Rätsel da. Also wahrscheinlich hat das nichts mit den Schriftrollen zu tun. Notizen, Schriftrollen, Formeln und Zaubersprüche. Ja, das ist einfach so ein Hinweis, dass das hier ein besonderer Raum ist, so eine Art Bücherei. Leere Flaschen oder saubere Flaschen. Waren hier Flaschen drin? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und Sundry heißt übrigens nicht Schmelzofen oder so, sondern allgemeine oder gewöhnliche Vorräte. Na gut, gucken wir erstmal weiter, was die Tür da noch für uns birgt. Wir haben noch eine Nische. Ah, da sind hoffentlich Hinweise drauf. Balance ist das ultimative Gute. Das ist ein Widerspruch, definitiv. Hier scheinen überall so eine Nische zu sein. Was haben wir hier? Asche und einen türkisen Schlüssel. Ach, da tue ich mal wieder rauf. Das ist echt eine komische Ecke hier. Okay, in dem Raum war nur diese komische Schriftrolle und der Schlüssel. Ist hier noch irgendwas? Oh, ich könnte mal den Sichtzauber sprechen. Ah, College Block, wo bist du? Punkte, fast unendlich, Schneeflocke. Punkte, fast unendlich, Schneeflocke. So, da ist schon mal nix. Nix, nix. Da würde es irgendwo weiter gehen. Da auch. Ah, okay. Also im Süden ist wohl noch irgendwie ein Komplex. Aber hier nix. Okay. Und wir wüssten, wenn dann auch gar nicht, wie wir hinkommen. Wahrscheinlich, wenn wir hier irgendwas gelöst haben. Ah, der Zauertur ist schon wieder vorbei. Äh, vier Punkte, fast unendlich, Sternchen. So. Oh, eine goldene Tür. Und irgendwelche Schuhe. Hatten wir die nicht schon mal gesehen? Weiße Schuhe mit so einem gelben Ding ins Tram. Hm. Noch eine Tür. Noch eine Tür. Ah, okay. Das erklärt's. Äh, oh. Äh, ja. Welche Tür nehmen wir? Äh, sind eine ganze Menge. Hm. Hm, hm, hm. Fangen wir einfach mal vorne an. Wir nehmen die allererste Tür. Und es scheint so, als wenn wir überladen wären. Sonst würden wir nicht so langsam laufen. Ja, stimmt. Wir haben noch nicht aussortieren können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und wir können jetzt auch nicht so durch hin und her schieben, dass wir irgendwie hinbekommen, dass wir nicht überladen sind. Äh, also gut. Werden wir damit leben müssen. So, die erste Tür wäre hier. Click. Au. Bolt Blade und Flame Bane. Äh, vielleicht hätten wir vorher durchgucken sollen. Äh, ich bin versucht, jetzt neu zu laden. Aber wir haben nicht wirklich irgendwas da hinten gelöst. Und dann könnten wir den Durchguckzauber benutzen, um uns zu entscheiden, welchen Gegenstand wir nehmen wollen. Also ja, wir sprengen uns mal kurz selbst in die Luft. Das klappt sogar besser als gedacht. So, also. Das hier haben wir jetzt noch nicht erforscht. Äh, den Schlüssel müssen wir noch abholen. Dum, 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 dum. Und ja, in der Situation lohnt sich dieser Sichtzauber auf jeden Fall. Also sonst ist er ja einfach nur frustrierend, weil man sieht, oh, das ist was Tolles. Und man weiß nicht, wie man hinkommt. Das haben wir vorher nicht gesehen. Und, oh, 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 ganz, ganz viele Schriftrollen. Und ein Rarschlüssel. Aber erst dann werden wir die ganzen Schriftrollen durchlesen müssen. Also, Schriftrolle Nummer 1. Oh Gott. Äh, einst Flux Caged. Also, Caged ist eingesperrt und Flux ist, ähm, also der Flux. Das ist der Fluss, aber nicht der Wasserfluss, sondern das ist ein Zustand. Ähm, die Zeit zum Beispiel. Ist auch im Flux, also in Bewegung. Also, das ist eine besondere Form von eingekerkert sein. Eigentlich geht man es darauf. Also, einst eingekerkert ein Lebewesen oder ein Wesen kann verändert werden durch die Kraft von dem Stab, welche immer nur eingesetzt werden sollte für die Balance. Das hört sich wie eine Anleitung an, wie man einen Gegner besiegen kann. Nur wissen wir nicht, wie man jemanden einsperrt. Na gut, nächste Schriftrolle. Der Feuerstab kann ein Wesen einsperren, wenn es von einer puren Gesinnung ist. Durch seinen Flux Cage. Also, der Feuerstab. Der Feuerstab kann ein Wesen von purer Gesinnung einsperren durch seinen Flux Cage. Flux Cage ist wohl so eine Art Eigenschaft von dem Feuerstab. Okay. Ich habe dem Feuerstab viel Kraft gegeben. Kraft, um etwas zu tun und etwas zu untun. Untun, also eher so eine Art Zerstören. Also etwas herstellen, etwas auseinandernehmen. Auch wenn das keine wirklich gute Übersetzung ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Kraft zu zerbrechen und zu heilen. Also das ist wohl so eine Art Anleitung für den Feuerstab. Mit etwas Glück bekommen wir den gleich. Wir haben jetzt ja noch einen Ratschlüssel gefunden. Ich fürchte um die Menschen der Welt, sollte der Powergam und der Feuerstab in die falschen Hände gelangen. Okay, also müssen wir wohl den Feuerstab und diesen Powergam finden. Wenn jetzt einer von der, der Powergam wäre, wäre es schon echt schick. Ich hätte wenigstens noch mal einen von den beiden Sachen. Zos Katra könnte ein Plasma erschaffen, das durch das Amalgam, das den Stein einschließt durchbrennen könnte. Okay, also anscheinend haben wir den Stab, neuer Quatsch, den Gämmen noch nicht. Denn man braucht diesen Zauberspruch, um da ranzukommen. Den schreibe ich mir mal kurz auf. Das ist Totenschädel, Schallwellen, Schneeflocke. Das heißt, irgendwo in dem Dungeon wird jetzt ein Gegenstand sein, der eingeschlossen ist durch irgendetwas ganz Hartes, das wir mit diesem Plasma auflösen müssen. Also, musst du vielleicht noch ein Zauberbuch, obwohl im Buch sind, glaube ich, alle drin, bis auf der Spruch da. Ja, also die kann wieder hier runter. Den Spruch probiere ich gleich mal aus. Also Totenschädel, Schallwellen, Schneeflocke. Hä? Zu Kastraspell. Okay. Das ist komisch. Den nehmen wir mal mit und wir schmeißen damit gleich einen Gegner. Nur mal um zu gucken, ob es vielleicht ganz viel Schaden verursacht. Oh, können wir ihn wiederholen? Totenschädel, Schallwellen, Schneeflocke. Zack. Das ist richtig praktisch, fällt mir gerade auf. Denn damit können wir jetzt Spuren legen. Also, dafür ist es bestimmt nicht gedacht gewesen. Aber durch dieses Plasma können wir jetzt eine Spur hinterlegen, wo wir schon mal waren und wo nicht. Ja, sehr praktisch schon mal. Okay. Nur haben wir keinen Platz dafür. Breeding Raum. Also, ah ne, Reading Room. Also das ist die Leseecke quasi. Gucken, ob noch irgendwas hier zu sehen ist. Äh, fast unendlich Schneeflocke. Ne. Und hier werden wir dann gleich die Räume sehen, wo wir durch die Schlüssel reinkommen, oder? Weiß ich gar nicht. Hm. Na gut, aber wir haben jetzt schon mal einen RAS-Schlüssel und wir haben einen türkisen Schlüssel benutzen können, so wie wir es gerne wollen. Dazu müssen wir erst mal wissen, was wir wollen und dafür haben wir den Sichtzauber. Also. Da könnten wir schon mit dem RAS-Schlüssel weiter, das wollen wir aber noch nicht. Wir wollen erst mal hier. So wollen wir jetzt hier gucken, was da so alles Schönes drin ist. Äh, Schneeflocke. Da haben wir ein Schwert und ein Kettenhemd. Hier haben wir eine Kronen und einen Würfel. Hier haben wir diese komischen Schuhe und ich glaube eine Art Zauberstab. Da ist ein Blitz an den Schuhen. Vielleicht kann man damit schneller laufen. Äh, hier haben wir zwei Ketten und einen Stab. Und das war es anscheinend. Ich glaube, ich nehme die Schuhe. Schneller laufen wäre echt praktisch, wenn es denn schneller laufen ist. Äh, kein Mana mehr. Obwohl das Schwert wahrscheinlich auch ganz nett wäre. Aber hier haben wir noch einen Stab dazu. Na gut, äh, ich will die Schuhe haben. Erst mal gucken, was der Stab macht. Drachenspucke. Klingt ja sehr, äh, interessant. Äh, wir haben echt absolut keinen Platz. Gut, Kettenschuhe lassen wir mal hier. So, was macht der Stab? Der Stab macht nur einen Swing. Das ist komisch. Und bei dir auch nur. Er macht fünf mehr Mana. Aber das kann nicht alles sein, was der macht. Ich denke mal, hier werden echt mächtige Artefakte sein, wo man sich ja zwischen bestimmten entscheiden muss. Und unser Level ist einfach noch nicht hoch genug. Obwohl der Experte schon ziemlich hoch ist. Nö, hat auch nichts mit dem Kriegerlevel zu tun. Hm. Na gut. Und jetzt zu den Schuhen. Ja, Boots of Speed. Das sind wirklich Schuhen, mit denen man schneller laufen kann. Die wiegen auch fast gar nichts. Das ist schon mal sehr praktisch. Nur, ob wir jetzt wirklich schneller... Also, ich... Na, wir sind wahrscheinlich nicht so schnell, weil wir jetzt überladen sind. Aber ein bisschen schneller kommt es mir schon vor. Na gut. Die Plattenschuhe können dann eigentlich auch weg. Ich habe den Verdacht, wir werden noch gegen mehr von den Rüstungen kämpfen müssen. Oh, und hier ist eine Tür, die wir nicht aufkriegen, aber wir kein Schlüsselloch haben. Hm, hm, hm. Nochmal sich zaubern. Ja, das ist ein Schwert. Und hierzu sind parallel Gänge. Irgendwo war ja noch eine Tür mit dem Rar-Schlüssel. Vielleicht führt der da hin. Ah, hier waren die anderen beiden Türen, die wir schon aufgemacht haben. Ah, ah, ah. Was wir so viel übersehen haben. Na gut, was steht denn hier drauf? Die Schlüssel für diese Passage liegen tief versteckt. Äh, ja. Die haben wir aber schon gefunden. Aber eigentlich habe ich nach dem Weg gesucht, um zu dem Schwert zu kommen. Gucken wir mal weiter. Aber hier scheint kein Weg zu sein. Da geht es wieder runter zur Ebene 8 und da geht es hoch zur Ebene 6. Hm, na gut. Speichern wir kurz ab, auch wenn wir nicht besonders viel geschafft haben. Primär haben wir die ganze Folge über gelesen und irgendwelche Wände ausspioniert. Aber gut, in der nächsten Folge gucken wir dann uns hier weiter um und gehen eventuell noch oben zu der Rumpelkammer. Also bis dann.